Herzlich willkommen zu diesem Video. Heute gehen wir mal in so einen kleinen Tunnel, den ich selber gebaut habe, weil mir langweilig war. Gehen wir jetzt da rein. Also bis gleich. So, wir sind jetzt da. Hier ist der Eingang. Die sind so von oben aus. Der Ausgang ist da hinten. So, ins rein und ja. Aber wir gehen jetzt einfach ran. Einfach nur Tür. Und wenn man einfach eine Tür gerade nimmt und so, 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 ach, keine Ahnung, jetzt muss ich mir alle da wieder zu machen. Äh, jetzt stehe ich fest. Auf jeden Fall habe ich was Neues gebaut in dem Haus. Ähm, hier ist der Ausgang. Und zwar... Ähm, hier. Das hier. Hier sind kleine Tanke. Ach, Kaktus. Und hier sind kleine Blume. Und da steht, kleines Büro für alle. Die hier wohnen also. Nur die hier wohnen. Ähm, ähm... Oh, nee, wir haben ja hier das Ding hier. Ähm, dann haben wir hier so Kisten für jeden. Zu mir arbeiten, falls jemand arbeiten will. Ähm, ja. Auf jeden Fall. Ähm, ja. Essen so neun Leute on. Ja, jetzt muss ich jetzt mal Licht wieder anmachen. Ich habe mir stockdunkel in mir gemacht. Viel heller. So ist doch gut. Und, wartet. Ich mache jetzt Musik. Das ist mal die Klingel. Jee. Ich weiß nicht, ob ich es in meinem einen Video gezeigt habe. Bei Creeper Games. Dass ich, ähm, da was noch gemacht habe. So. Das ist eine kleine Disco. Jee. Vom Chill Room. Also wenn man einfach nur Updance will. Und hier haben wir einfach einen kleinen Fernseher. Genau. Ja. Ja. Ich habe gerade keinen Plan, was ich jetzt machen soll. Ähm. Hm. Ich kann ja euch zeigen, die es nicht wissen, wie man Blumentöpfe macht. Ich brauche nur kurz was. Ich muss kurz was machen. Also, wir sehen uns gleich. Hallo. So Leute, wir brauchen diesen, das hier bei Game Out. Also man sieht, das sind die Hilfe Games so. Das sieht so aus. Wir brauchen natürlich nicht so viel, aber egal. So, dann müssen wir bauen. Dann müssen wir bauen. Tun Plumpen. Und wir brauchen Kohle oder Holz. Ist auch egal. Oder Holzkohle. Wir müssen es jetzt da reintun. Ich mache einfach drei, weil, ja. Man braucht ja drei. Noch ein kleines Rezept halt, ähm. Wie man Blumentöpfe baut. Ich wusste es auch nicht erst. Und deswegen zeige ich es für Neulinge mal. Alter, wie macht's das? So, wir brauchen eigentlich nur drei Stück. So drei, ähm, Ziegeln. Wir brauchen dann die Workbench. Und machen hier so drei. Dinger. Dann haben wir schon einen Blumentopf. Daaaam. Ähm, ja. Und ich würde sagen, das war's aus dem Video. Ich hoffe, es gefällt euch. Und ja, ciao.